Meine Grundsicht auf die auf die Erde oder auf die Entwicklung der Erde ist eine positive. Ich glaube tatsächlich, dass der Mensch im Grunde gut ist und ich sehe so viel Veränderung an so vielen Stellen. Das Allerwichtigste ist, fang irgendwas Kleines an und tu es. Also die Tat, das ist das Erste. Und das Zweite ist, sich mit anderen Menschen verbinden. Veränderungen haben immer nur stattgefunden. Eine kleine Gruppe von Menschen, die committet war, die ausgerichtet war, weil die Veränderungen angeschlossen wurden. Wir sehen uns aber nachschienen. Das sind die Tat, die Tat, ein paar Abonnieren wird, wenn man die Tat ist, was zwischen den Tat, dass sie in der Tat sein entgegenket sind, Und diese Tat, die Tat zu haben, Clay, an den Tat, Was, die Tat haben mit ihm ohne Abonniert Islands sei, dass sie wahrscheinlich nicht verstanden sind. Im Tat ist die Tat. Das ist sicher ein Initialpunkt für viele Earthships, aber auch Earthship-inspired Projekte. Letztlich wäre auch so ein Earthship ein Bildungsprojekt. Das heißt, wir haben hier ungefähr 10.000 Leute, die den Kanzelhof besuchen pro Jahr, und die werden wahrscheinlich alle in das Earthship reinlaufen und dann eine kleine Führung bekommen, und dann auch mal ein Bewusstsein bekommen, was heißt denn das autarkes Leben. Auch wenn jetzt nicht alles autark ist, aber es ist angelegt und kann autark gemacht werden. Und es ist auch noch eine ganz wichtige Wirkung. Also nicht nur was tun, sondern auch so drüber reden, dass andere Leute inspiriert werden, selber dann was zu tun. Ja, willkommen im Earthship. Amit Takamala personas . Bis zum nächsten Mal.